Logos ist für alle gedacht, die ihre Bibel nicht nur lesen, sondern wirklich verstehen und neu entdecken möchten. Diese drei Elemente machen Logos so besonders. Theologische Bibliothek, intelligente Verknüpfung und innovative Funktion. Was heißt es aber konkret? Wir digitalisieren alles, was dabei hilft, die Bibel zu verstehen. Natürlich gibt es die wichtigsten Bibelübersetzungen, die Sie einfach vergleichen können. Zusätzlich finden Sie verschiedene Urtextausgaben und passende Wörterbücher für Griechisch und Hebräisch. Nutzen Sie auch eine große Bandbreite an Kommentaren für ausführliche Exegese oder zum persönlichen Bibellesen. Darüber hinaus finden Sie Grafiken und Videos, kompakte und ausführliche Lexika, Werke zu Dogmatik, Kirchengeschichte und viele Monografien. In Logos nutzen Sie die hochwertigen Werke, die Sie in jeder christlichen Buchhandlung oder Unibibliothek finden. Bücher für das persönliche Bibellesen, für den Gemeindedienst und die theologische Forschung. Logos ist jedoch weit mehr als ein gewöhnlicher E-Book-Reader. In Logos ist praktisch jedes Nachschlagewerk mit Tausenden von Datensätzen versehen, die alle Bücher miteinander verbinden. Besonders ausführlich verknüpft sind Bibelübersetzungen, die Interlineardatensätze enthalten. Wenn Sie in einer dieser Bibeln ein deutsches Wort anklicken, sehen Sie sofort, welches griechische oder hebräische Wort zugrunde liegt, welches Thema hier behandelt wird oder welche Personen in diesem Text erwähnt werden. Mit einem Klick auf die Informationen startet Logos jetzt eine Recherche und listet alle passenden Lexika, Schlüsselstellen und Medien auf. Wenn Sie online nach Jesus suchen, finden Sie das Wort Jesus im Bibeltext. Logos zeigt Ihnen aber auch Verse an, in denen Jesus als der Herr oder als Menschensohn bezeichnet wird und wo das Wort Jesus im Text gar nicht vorkommt. Weil Logos auch die griechischen Wortform kennt, können Sie sich alle Aufforderungen in einem deutschen Bibeltext hervorheben lassen, wenn der griechische Text im Imperativ steht. Oder Sie suchen alle Fragen, die Jesus stellt, denn Logos kennt sowohl den Sprecher eines Satzes als auch die Satzart und noch vieles mehr. Solche Möglichkeiten übertreffen jede Konkordanz oder einfache Textsuchen. Sie müssen aber nicht immer manuell suchen. Unsere Assistenten nutzen die Datensätze und übernehmen die Arbeit für sie. Egal, ob Sie eine detaillierte Exegese ausarbeiten oder sich auf eine Themenpredigt vorbereiten. Geben Sie zum Beispiel ein Thema ein und Logos findet Lexika-Einträge, Predigten zum Thema, zentrale Bibelstellen und so weiter. Für die Exegese lesen Sie den griechischen und deutschen Text einfach parallel. Wichtige Parallelstellen inklusive Filteroptionen werden aufgelistet und wichtige Wörter des Abschnitts werden ebenfalls angezeigt. Auch eine Wortstudie erledigt Logos mit einem Klick. Sie sehen auf einen Blick alle verfügbaren Wörterbücher und an welchen Stellen dieses Wort wie übersetzt wurde. Darüber hinaus bietet Logos noch viele weitere Funktionen für die Herausforderungen des Alltags. Mit dem Predigt-Editor schreiben Sie Ihre Predigten und legen damit ein durchsuchbares Archiv an. Im interaktiven Atlas finden Sie nicht nur Orte, sondern zum Beispiel auch alle Karten aus dem Leben einer bestimmten Person. Lassen Sie sich mit einem Klick auf fremdsprachliche Bücher übersetzen, inklusive lateinischer Texte, live und mit wenigen Klicks. Ob Sie also die Bibel für sich persönlich, den Dienst oder für die Forschung entdecken möchten, Logos ermöglicht einen neuen Zugang zum Buch der Bücher. Starten Sie auf jeden Fall mit dem kostenlosen Logos Basic oder investieren Sie gleich in eine Premium-Bibliothek mit Profi-Funktionen. Wenn Sie also die Bibel neu entdecken und besser verstehen möchten, dann ist Logos genau richtig für Sie.